Sven Scheuer ist ein ehemaliger deutscher Fußballtorwart. Karriere Vom 7. bis zum 17. Lebensjahr durchlief Scheuer alle Jugendmannschaften der in seinem Geburtsort ansässigen Sportvereinigung, ehe er 1988 einen Profi-Vertrag beim FC Bayern München unterschrieb. In seiner Zeit bei den Bayern bestand selten Gelegenheit für Einsätze. Hatte er doch mit Reimund Aumann und später Oliver Kahn zwei starke Torhüter vor sich. Ab der Saison 1989-90 erhielt er Gelegenheit sich auszuzeichnen und das gleich international. Am 13. September 1989 stand er in Glasgow beim 3-1-Erfolg seiner Mannschaft in der 1. Runde des Europapokals der Landesmeister gegen die Rangers 90 Minuten im Tor. So auch drei Tage später bei seiner Bundesliga-Premiere, als die Bayern mit 5 zu 1 Toren über den VfL Bochum siegten. Von seinen 20 Spielen für den FC Bayern München kam er allein in der Saison 1994-95 still zehnmal zum Einsatz und konnte obwohl nur selten unmittelbar beteiligt mit den Bayern zahlreiche Titelgewinn. Aufgrund negativer Schlagzeilen wurde er zusammen mit Mario Basler 1999 vom Spielbetrieb suspendiert. In den folgenden Jahren wechselte er häufig die Vereine, erhielt aber auch aufgrund von Verletzungen nur wenige Einsätze. In der 2. Bundesliga spielte er noch sechsmal für den 1. FC Saarbrücken und achtmal für den VfL Osnabrück. Seine Karriere ließ er 2005 in der Württembergischen Landesliga beim TSV Schöneich, dem Verein aus der gleichnamigen Gemeinde ausklingen. Glanzlicht seiner Karriere war die Berufung in die U21-Nationalmannschaft, für die er am 30. Oktober 1990 in Diekirch beim 3 zu 0 Erfolg gegen die Auswahl Luxemburgs 90 Minuten lang spielte. Erfolge UEFA Pokalsieger 1996 Deutscher Meister 1989 1990 1994 1997 1999 DFB Pokalsieger 1998 Liga Pokalsieger 1997 1998 1999 2000 2000